Wie das auch nicht geht, wenn du stirbst, so. Das sieht halt schon cringe aus, als ob die uns hier so einfach reingelegt haben und dann so, ja. Vor allen Dingen, warum fünf? Wir konnten doch nur vier Charaktere auswählen. Guck, zehnmal durch. Sind fünf. Ja, keine Ahnung, hier halt ganz normale Erklärungen kamen gerade eben. Ich glaube, die hast du nicht mitbekommen. Jo, ich hab Angst. Was für ein Charaktere gewohnt. Tschüss, Digga. Ja, was sind denn jetzt hergezogen? Das ist V? Ja, ich muss erst mal genießen, diese Grafik und so. Das ist ja auch begrüßt. Und Signal, hast du gemerkt? Also, ich brauche Feind in Eat some food. Erstmal hier Steine sammeln, Digga. Damit ich wenigstens ne Waffe habe. Wo hast du überhaupt, wo findet man denn Steine? Sieht man die? Ja, hier, komm, komm her, hier. Hier liegt zum Beispiel einer. Kann man unendlich sprinten? Nein. Doch, mit Schiff kannst du sprinten. Kann man unendlich sprinten, meine ich. Ja, okay, meine Kinder. Plant Fiber. Was hat das denn? Ich sag mal einfach alles, was ich finde. Ja, wie crazy ist das? Ich will faszinieren. Mit I kannst du Sachen irgendwie essen? Ey. Ich bin nicht picky. Das war ja. Komm mal, hey. Kannst du Sachen analysieren? Ich analysiere was. Äh, ich check grad gar nix. Tab. Was ist jetzt hier los? Ach, das sind jetzt die Sachen, die wir erforscht haben, oder wie? Die waren. Was hast denn du? Der reingetan. Einmal was ich im Wind hab. Alles, oder wie? Ja, mal zum Ausprobieren, ne? Was da rauskommt, so. Okay. Okay. Wie krieg ich die hier denn? Ah, leu. Okay, ich brauch jetzt nur diese Bambussprossen da. Oh mein Gott. Hä? Was denn? Ha, guck doch mal. Wo hast denn das jetzt hergezogen? Ja. Von dem hier. Ja, wie? Einfach so, oder was? Nee, nee. Ich hab mir ne Axt gemacht. So. Okay, das ist, also, die Mechanik, wie man das steuert und so, ist 1 zu 1 wie bei, ähm. Hier ist ein Tier, hast du schon gesehen? Eine Zecke oder so? Oh, gut, das ist das Boot, oder? Hier ist es ungenau. Was ist das denn? Was ist das für ein Tier? Ich sehe hier gar kein Tier. Der hier. Das ist doch ne Fliege, oder? Nee, ne Fliege. Junge, ich will die mir angucken. Hast du diese Bewegungsunschärfe drin? Oh mein Gott. Arme ist das, Digga. Meinst du, da kommen noch ein paar? Hau jetzt viel um. Wie hast du es hinten überhaupt? Weiß ich nicht, wir sammeln auf jeden Fall Endpart. Endarm, Guard, Endneed, Guard, End... Warte, was ist das, Junge? Irgendwie elektrisches Bauteil, kannst du das nicht erkennen? Was ist das? Ich will erkennen, was es ist. Du kannst hier... Junge, ich weiß nicht, was dir so stinkt, Alter, aber entweder es kommt echt von draußen. Emergency. So ein Haufen Kacke. Hier kannst du was trinken. Guck mal, ich hab hier was gemacht. Ich weiß noch nicht genau was. Wir haben hier doch irgendein Ziel jetzt, oder nicht? Steht doch wohl. Heu, hier ist eine Platine. Plitzmerker. Wovon rede ich denn die ganze Zeit? Am Ende musst du bestimmt hier hin und dann wirst du wieder groß, oder so. Hey, da ist ein Haus. Hast du das Haus gesehen? Hä? Was ist denn hier ein Haus? Oh, ho ho. Ach, da ist das Haus. Blaue, wir kommen nicht so einfach zu machen. Was denn das hier? Hat das wirklich vermutlich die Vorrichtung, um uns groß zu machen? Gucken wir hier oben. So ein Turm. Ich hab das doch schon alles gesehen. Ich hab auch geflopft genug, dass diesen Laser da kam. Ja, lass mal irgendwie Tab. Was kann ich denn machen? Ich kann noch einen Speer machen. Ich will gerade gar nicht um mich ums Craften kümmern. Ich will das Game erstmal gründen. Armer habe ich ja gemacht. Ich brauche noch Steine. Plant Fiber. Warum kommt hier so eine Mucke, Digga? Ich höre nichts. Vielleicht ist das Bion gebunden. Ich will hier was krabbeln, Jungs. Ich höre nur was, aber ich sehe nichts. Was ist da oben oder so? Was ist das? Eine Zecke, Junge. Die können springen, Alter. Dann ist er. Hier ist auch eine Blatt raus. Was ist das? Was ist das überhaupt in der Zecke, Alter? Was sieht denn die aus wie eine Zecke? Ich habe mich angescafft. Auf jeden Fall ist er gestorben. Die sind rot. Was ist denn das? Hä? Wo ist hier? Was ist das? Mide. Milbe. Oh, Alter. Als ob es hier einfach so viele Milben gibt oder so. Blatt raus. Junge. Die sind ja richtig. Die scuffen und sterben dann meistens. Was ist das hier? Hier kann man noch nichts mitmachen. Hier ist Wasser drauf. Da siegen. Wo? Hau mal hier gegen. Oh. Hast du es getrunken oder ich? Hau. Ich habe es getrunken. So. Inventory. Du hast es wahrscheinlich getrunken. Inventory. Ich muss erst mal ein paar Pilze essen. Habe ich irgendwie Gewicht oder so? Nicht so aus eigentlich. Was ist das? Das ist eine Falle oder so? Oder was? Was denn? Das Ding hier. Will das eine Falle sein oder so? Oder ist einfach nur Müll? Das ist einfach nur Müll. Ja, kann ja sein, dass es so eine kleine Abdeckung läuft. Du läufst da rein und bist da drin. Oh Leute, Digga. Hier. Wo ist sie hin? Affid habe ich. Affid Meat. Das Fleisch. Klar, ich brauche den Wassertropfen, aber der ist nicht mehr da. Was hast du denn, Alter? Stinkekäfer oder was? Hm? Stinkekäfer. Wie, 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 wie hast denn du den Figger hier runterbekommen den Wassertropfen? Äh, gegen den, gegen den Halbenhauen. Hauen mit? Ja, gegenhauen. Und dann, mit einem Stein, was weiß ich, mit einem Stein gegen Jauen. Ameise! Die machen ja gar nichts. Willst du nicht? So... Weiß halt nicht, gibt es hier viel zu entdecken, oder? Meinst du, das ist nur so ein bisschen so ein klein? Weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwann muss ja auch irgendwas kommen, was uns auffällt und was uns tötet, oder nicht? Ja, noch nicht. Auf jeden Fall, hier ist so eine Pusteblume. Und ich habe im Trailer gesehen, dass man mit diesen Dingern fliegen kann. Echt? Warte, ich komme auch mal rüber. Aber ich komme da nicht mal gegen. Du leugest galt. Fallen auch nicht ab. Wie man sich eigentlich nicht, ja. Ich hoffe, du sammelst die ganze Zeit irgendeine Scheiße. Ah, ne, geht, ne. Ich weiß nicht, du bist immer so aufs Sweaten aus, Alter. Statt wie du mal ein bisschen genießt, erst mal ein bisschen erkundest. Weiß nicht, hast du noch? Achso, ne, habe ich sogar. Da war irgendwas Grünes. Was war das denn? Das piept. Die Piepen ist kack, Alter, und ich war grün. Ja, das ist die... Kacke da. Was ist das für ihn? Was ist das denn? Wo bist du? Ihhh. Junge, die kriegt halt auch kein Damage. Was ist das für ein Vieh, Junge? Junge! Das macht die Gewohnschutz. Hilf mir mal lieber hoch. Ja, wie denn? Bist du dumm? Funktioniert jetzt hier gerade nicht? Wo ist das? Töte einfach das Vieh. Ja, direkt bei mir. Mit einem Stein oder was? Kommt ihr doch nicht hoch, oder? Hm. Neh ich noch? Ich lebe noch. Wo sehe ich denn mein Leben? Oh, es kommt drunter. Ne, ist aber viel zu lange. Geh wir ab. Wie das aussieht, wenn du stirbst. Meinst du dir, es macht irgendeinen Unterschied, was man für einen Charakter spielt? Keine Ahnung. Jetzt zumindest noch nicht. Was hast denn du bei V? Hä? Das gleiche. Lommi. Da war die Slots oder nicht? Ja. Egal, ich mache mir jetzt erst mal wieder eine Waffe. Sieht man wenigstens irgendwo, wo man gestorben ist? Ja, da hinten, ne? Oh. Oh, ja. Oh, jetzt. Hier ist das grüne Ding. Was ist das? Das Flöte. Wie das anzieht, Junge. Das riecht weggezogen, Alter. Ja, ja, das sind diese Leute im Blatt mit Milben oder keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall geben die Fleisch zum Essen halt. Das skafft gerade was hinter dir her. Die skafften richtig rum, Junge. Was skafft hinter mir her? Die roten Dinger oder? Ja. Ausdauer lädt sich ja richtig schnell auf, ey. Finde ich aber eigentlich sogar ganz geil. Was? Können wir mal in das Haus reingehen, Alter? Ich will mal in das Haus rein. Stimmt irgendwie, oder? Wäre traurig, wenn nicht, irgendwie. Aua, hier hinten kriege ich Schaden. Wie? Und was denn? Was gibt uns denn hier Schaden, aber? Ja. Oh, hier hinten ist dieses... Fuck Vieh. Egal, ich bin Profi, ich renne hier einfach durch die Büsche. Wir wissen, was macht mir denn hier Schaden? Darf ich hier einfach nicht so weit gehen? Ist das Map-Begrenzung, oder? Ist hier irgendwas... Dünger oder so, der nicht gut ist, oder? Weiß ich mir nicht. Ich kann mir nicht vorstellen. Das ist... Ja, das ist bestimmt einfach nur gedüngt, gedüngt, oder? Ah, da ist doch hinten schon irgendwas. Oh, was... Oh. Da ging es Mike gehauen, direkt. Oh, was ist das? 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 Vielen Dank.